Der sogenannte Klimaschutz ist ein großes Ziel der Politik. Um das Klima zu schützen, so heißt es, müssen wir den Ausstoß von Kohlendioxid reduzieren. Doch was heißt das? In diesem Video möchte ich Ihnen einen kleinen Überblick über die Größenordnungen geben, über die wir sprechen. CO2 entsteht bei der Atmung von Menschen und Tieren und in erheblichem Maße durch Verbrennungsprozesse, aus denen wir Menschen den Großteil unserer Energie beziehen. Dabei dauert es nicht lange, bis sich das CO2 gleichmäßig in der Atmosphäre verteilt hat. Schauen wir uns deshalb einmal die Zusammensetzung unserer Atmosphäre an. Die graue Fläche stellt die Luft dar. Zu etwa 78% besteht sie aus Stickstoff. Etwa 21% sind Sauerstoff. 1% ist Argon. Wo bleibt das CO2? Das Kohlendioxid nimmt nur einen Anteil von 0,04% ein. Es wird daher auch als Spurengas bezeichnet. Wir wollen uns diese 0,04% einmal genauer anschauen. Dazu nutzen wir im Folgenden die Einheit ppm. Ppm bedeutet Parts per Million, also Teile pro eine Million Teile. 1% entspricht demnach 10.000 ppm. Die 0,04% des Kohlendioxids entsprechen also 400 ppm. 2013 betrug der Anteil des CO2 in der Luft genau 396 ppm. Unterstellen wir, dass in den folgenden 10 Jahren die Steigerungsrate des CO2-Anteils konstant bleibt. So erhöht sich der CO2-Anteil der Luft bis 2023 um etwa 27 ppm. Schauen Sie sich den Balken genau an. Der Anteil, den die deutschen CO2-Emissionen haben, ist blau eingefärbt. Um ihn erkennen zu können, müssen wir die Grafik vergrößern. In 10 Jahren wird Deutschland eine Erhöhung der CO2-Konzentration um 0,6 ppm verursachen. Bei auf Null sinkendem Ausstoß wäre das also die Einsparung, die wir verursachen könnten. Setzen Sie dies in Relation zu dem Aufwand, der bereits heute betrieben wird, um nur einen Bruchteil dessen zu bewirken. Zur Erinnerung, die Grafik zeigt die Entwicklung bei konstantem CO2-Ausstoß. Dies ist jedoch bereits eine unwahrscheinliche Annahme. Schauen wir einmal in die Geschichte. Diese Grafik zeigt den gesamten menschlichen CO2-Ausstoß der Welt in Millionen Tonnen pro Jahr. Er hat sich seit 1965 kontinuierlich erhöht. Eine Umkehr dieses Trends ist nicht zu erkennen. Was können wir Deutschen mit unserer sogenannten Energiewende bewirken? Die Frage lässt sich durch einen einfachen Vergleich mit China beantworten. Im Jahr 2007 stieß China 6798 Millionen Tonnen CO2 aus, während es in Deutschland nur 860 Millionen Tonnen waren. Natürlich hinkt der Vergleich, denn China hat auch sehr viel mehr Einwohner als Deutschland. Doch interessant ist die Entwicklung. Schauen wir uns diese einmal über vier Jahre hinweg an. Während in Deutschland die Emissionen leicht gesenkt werden konnten, stiegen sie in China in der gleichen Zeit erheblich an. Sie legten von 2007 bis 2011 um 2.181 Millionen Tonnen zu. Das ist mehr als das Dreieinhalbfache der jährlichen Gesamtemissionen Deutschlands. Woran liegt das? Die meisten technischen Prozesse beziehen ihre Energie aus der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen. Dabei entsteht zwangsläufig CO2. Mit voranschreitender Industrialisierung geht also auch immer ein gestiegener CO2-Ausstoß einher. Der CO2-Ausstoß kann daher als Maß für die Industrialisierung und damit auch für den Wohlstand eines Landes betrachtet werden. Um einen besseren Vergleich zu bekommen, schauen wir uns die Pro-Kopf-Emissionen einiger Länder an. Hier liegen die USA vorne. Jeder einzelne der 314 Millionen Amerikaner stößt im Jahr 17,5 Tonnen CO2 aus. In Deutschland sind es etwa 9 Tonnen pro Kopf. In China allerdings sieht man das Profil eines Schwellenlandes. Der Pro-Kopf-Ausstoß liegt bei 6,18 Tonnen. Dass der Angleichungsprozess der 1,34 Milliarden Chinesen an das Niveau von Deutschland oder gar der USA erhebliche Auswirkungen auf den weltweiten CO2-Ausstoß hat, ist offensichtlich. Noch krasser jedoch zeigt sich die Lage in Indien. Hier warten 1,2 Milliarden Menschen darauf, ihren Pro-Kopf-Ausstoß von gerade einmal 1,64 Tonnen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten drastisch zu erhöhen. Dies wird durch nichts und niemanden zu verhindern sein. Es bedeutet für die Menschen eine Entwicklung aus Armut zu Wohlstand. Diese Zahlen sollten Sie kennen, wenn Sie darüber nachdenken, wie Sie das Klima beeinflussen können. Ihr Beitrag wird nicht nur winzig sein, er wird deutlich überkompensiert durch den Fortschritt in den Entwicklungsländern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017